Der pädophile Sexverbrecher Jeffrey Epstein ist seit Jahren tot und die Personen in seinem Dunstkreis sind teilweise abgeurteilt, wie etwa seine Helferin Ghislaine Maxwell, die zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Aber der Skandal sorgt nach wie vor für Schlagzeilen, denn jetzt sollen mehr als 170 Namen veröffentlicht werden im Dunstkreis dieses größten Sexskandals seit Jahrzehnten. Die Unterlagen, die Namen stammen aus früheren Strafprozessen, die eines der berühmtesten Epstein-Opfer Virginia Juffrey Roberts angestrengt hat gegen Mitglieder des innersten Epstein-Kreises, darunter Maxwell berühmterweise. In diesen Gerichtsunterlagen, wie gesagt, 170 Namen erwähnt. Sie werden hier geheim gehalten in den Unterlagen im Sinne von John Doe oder Jane Doe. Das sind, so bezeichnet man in den USA, Personen, die nicht namentlich genannt werden. Die Identitäten allerdings sind bekannt und sie sollen jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Die ersten Headlines generiert der ehemalige Präsident Bill Clinton. Natürlich, es hat immer wieder Berichte gegeben, dass Clinton und Epstein befreundet waren, dass Clinton mehrmals mit Epsteins Privatchat getauft, Lolita Express wegen der vielen jungen Frauen an Bord mitgeflogen ist. Jetzt ist durchgesickert, dass John Doe Nummer 36 tatsächlich Bill Clinton ist in den Gerichtsunterlagen. Er wird 50 Mal erwähnt in der Gerichtsakte. Virginia Roberts hatte behauptet, dass sie ihn gesehen habe auf der Privatinsel von Jeffrey Epstein, Little James Island in der Karibik. Bill Clinton hat das immer abgestritten. Roberts behauptet, sie hätte ihn gesehen mit zwei jungen Frauen im Arm, sehr verknüpft. Er wäre hier praktisch in den Sonnenuntergang marschiert mit den beiden Frauen. All das, wie gesagt, vehement bestritten von Bill Clinton und auch von anderen Zeugen, die sagen, Bill Clinton wäre nicht auf dieser Insel gewesen. Allerdings, das ist nur der Anfang von sehr turbulenten Tagen, denn jede Stunde könnten neue Details jetzt veröffentlicht werden. Im Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein hat ein Gericht die Klarnamen von mutmaßlich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Sie sind in einem Zivilstreit zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Jeffrey und Epstein-langjähriger Partnerin Ghislaine Maxwell genannt worden. In den über 900 Seiten Gerichtsunterlagen finden sich unter anderem die zuvor in diesem Kontext bereits bekannten Namen des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und des britischen Prinzen Andrew, die einst als Vertraute von Epstein gegolten haben. Epstein ist seit knapp viereinhalb Jahren tot. Eine Nennung bedeutet nicht, dass die Personen aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerkes um Epstein waren, sondern zunächst nur, dass der Name in dem Zivilprozess fällt. Manche Personen der Liste sind beispielsweise auch Verwandte von Missbrauchsopfern Epsteins. Clinton, bisher im Prozess als John Doe 36 bezeichnet, hat Medien zufolge gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben. Die nun veröffentlichten Unterlagen enthalten Clintons Namen dutzende Male, unter anderem in Zeugenaussagen, die ihn in die Nähe der Taten Epsteins rücken. Ebenso häufig und in teils ähnlichem Kontext taucht Prinz Andrew namentlich auf. Der Adelsspross kann 2022 einen Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Missbrauchsring abwenden. Er gibt öffentlich trotz der Vorwürfe der US-Klägerin Virginia Juffrey gegen ihn nie zu, Sex mit der damals Minderjährigen gehabt zu haben. Epstein ist im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll zahlreiche, auch minderjährige Mädchen, sexuell missbraucht und sie anderen Männern zugeführt haben. Rund einen Monat nach der Festnahme ist Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Offiziellen Angaben zur Folge hat er sich das Leben genommen. Jahrzehntelang soll der Missbrauch zahlreicher Minderjähriger auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virginia Islands stattgefunden haben. Eine frühere Anklage gegen Epstein mündet in einen für den Unternehmer sehr vorteilhaften Deal, der ihn zum Symbol einer gesellschaftlichen Elite macht, die selbst mit Verbrechen durchkommt. Der Fall hat auch deshalb weltweit für Aufsehen gesorgt, weil der Unternehmer bis in die höchsten Kreise vernetzt gewesen ist. Seine Beziehungen zu Prominenten und sein Tod führen zu zahlreichen Gerüchten und Verschwörungstheorien. Auch die Veröffentlichung der nun freigegebenen Dokumente hat im Vorhinein für viel Spekulation um Prominente geführt. In den vorliegenden Schriften wird auch der ehemalige Präsident Donald Trump genannt. Jedoch lediglich im Kontext der Befragung einer Zeugin, die angegeben hat, zu Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Neu scheinen dagegen die Namensnennungen des King of Pop Michael Jackson und des Astrophysikers Stephen Hawking zu sein. Aus ihnen scheint sich zumindest die einmalige Anwesenheit der Prominenten bei einer Veranstaltung Epsteins abzuleiten. Jeffrey Epstein, einst erfolgreicher Hedgefondsmanager und Unternehmer, wurde zum Zentrum eines der aufsehenerregendsten Skandale der jüngeren Geschichte. Seine Geschichte ist geprägt von Finanzgenie, sozialen Verbindungen in höchsten Kreisen und schockierenden Anklagen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Jeffrey Edward Epstein wurde am 20. Januar 1953 in Brooklyn, New York geboren. Seine Karriere begann im Finanzsektor, wo er rasch Anerkennung für seine Fähigkeiten als Hedgefondsmanager fand. In den 1980er Jahren gründete Epstein seine eigene Finanzfirma J. Epstein & Co., die sich auf wohlhabende Kunden konzentrierte. Seine Verbindung zu prominenten Persönlichkeiten wie Donald Trump, Bill Clinton und Prince Andrew machten ihn zu einem festen Bestandteil der High Society. Im Jahr 2005 wurde Epstein erstmals mit Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen konfrontiert. Nach Ermittlungen und Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft im Jahr 2008 wurde er in einem umstrittenen Pleiadil zu einer vergleichsweise milden Strafe verurteilt. Dies führte zu weitreichenden Kontroversen und Kritik an der Justiz. Im Jahr 2019 wurde Epstein jedoch erneut strafrechtlich verfolgt, diesmal von Bundesanwälten in New York. Die Anklage lautete auf Menschenhandel und Verschwörung zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen Mädchen. Bevor es zu einem Prozess kam, wurde Epstein im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Offiziell wurde sein Tod als Suizid eingestuft, was zu Spekulationen und Verschwörungstheorien führte. Epstein's Tod hinterließ zahlreiche offene Fragen und Unsicherheiten die Ermittlungen bezüglich möglicher Komplizen und Mitwisser dauernden an. Die Kontroversen rund um den Pleiadil von 2008 und die undurchsichtigen Umstände von Epstein's Tod haben das Vertrauen in das Justizsystem erschüttert. Anfang des Jahres hat das US-Gericht nun die Klarnamen von mutmaßlich 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Eine Nennung bedeutet jedoch nicht, dass die Person aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerks um Epstein war. Neue Dokumente im Fall Epstein bringen Prinz Andrew weiter in die Pretorie. Im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein hat ein Gericht die Klarnamen von mutmaßlich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Sie wurden in einem Zivilstreit zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Jeffrey und Epsteins langjähriger Partnerin Jelaine Maxwell genannt. Wie die britische Sun nun schreibt, sollen die Dokumente brisante Details rund um Prinz Andrew enthüllen. So soll der Bruder des englischen Königs eine Orgie mit minderjährigen Personen auf der Privatinsel Epsteins gehabt haben. Wie aus dem Dokument hervorgeht, soll eine Unbekannte von Epstein gezwungen worden sein, eine sexuelle Beziehung mit dem Prinzen zu haben und ihm alles zu geben, was er verlangte. Solche und ähnliche Vorwürfe sind schon länger bekannt. Die Veröffentlichung der nun freigegebenen Dokumente hat er im Vorhinein für viele Spekulationen um Prominente geführt. In den vorliegenden Schriften wird auch der ehemalige Präsident Donald Trump genannt, jedoch lediglich im Kontext der Befragung einer Zeugin, die angab, zu Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Neu scheinen dagegen die Namensnennungen des King of Pop Michael Jackson und des Astrophysikers Stephen Hawking zu sein. Aus ihnen scheint sich zumindest die einmalige Anwesenheit der Prominenten bei einer Veranstaltung Epsteins abzuleiten. Auch Star Wars Schöpfer George Lucas habe demnach zumindest eine Party von Epstein besucht. Die kleine Karibikinsel Little St. James, ein idyllisches Paradies mit türkisblauem Wasser und weißen Sandstränden, wurde zum Schauplatz eines der größten Skandale der jüngeren Geschichte. Die Insel im Besitz des verstorbenen Financiers und Unternehmers Jeffrey Epstein wurde zum AP-Zentrum von Anschuldigungen, sexuellen Missbrauchs und illegaler Machenschaften. Jeffrey Epstein, einst erfolgreicher Hedgefondsmanager und Financier, wurde 2019 wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Die Enshüllungen führten zu einer Reihe von Anklagen, die Epstein jedoch nicht mehr persönlich vor Gericht brachten, da er in seiner Gefängniszelle verstarb. Der mysteriöse Tod des Angeklagten trug zur Aura der Verschwörungstheorien und Spekulationen bei. Die Privatinsel, oft als Paedo Island bezeichnet, wurde von Epstein erworben und zu einem exklusiven Rückzugsort ausgebaut. Luxuriöse Villen, Hubschrauber, Landeplätze und eine komplette Infrastruktur sollten sicherstellen, dass Epstein und seine Gäste absolute Privatsphäre genießen konnten. Es wird behauptet, dass Epstein die Insel nutzte, um rauschende Partys zu veranstalten, bei denen prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Unterhaltung teilnahmen. Die düsteren Anschuldigungen besagen, dass diese Veranstaltungen auch zur Ausbeutung und sexuellen Misshandlungen von minderjährigen Mädchen genutzt wurden. Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 hätte der Beginn eines gerichtlichen Prozesses sein sollen, der die Wahrheit über die Vorkommnisse auf Little St. James ans Licht bringen sollte. Sein plötzlicher Tod im Gefängnis löste jedoch Kontroversen aus und ließ viele unbeantwortete Fragen zurück. Die Anklagen gegen Epstein wurden offiziell fallen gelassen, aber die Ermittlungen zu den möglichen Komplizen und Mitwissern dauern an.